Hallo Leute, weiter geht's bei The Legend of Velda im Zelda. Mit Legend Player. Mit Legend Player, genau. Wir werden jetzt... Moment mal, der Epix muss weg da. Tschüss. So. Wir werden jetzt weitermachen und hier gibt's keine Wüste, Legend. Du weißt ja wohl die Wüste noch. Oh scheiße. Da unten, wo Sex steht. Guck mal, ich bin voll falsch gegangen. Oh, ich kann doch nicht mal rennen, ey. Oh Mann. Ist der Typ denn auch in der Schattenwelt? Oder gibt's in... In der... Boah Mann. Vielleicht wenn du da bist, gehst du in die Lichtwelt und dann fertig. Also, okay. Also in der Lichtwelt, nicht in der Schattendingens. So, tschüss. So. Ey. Ach mein Gott, da oben. Ey, was? Was aus den Bäumen kommen Bomben? Ja, wenn du die Nase berührst. Ja, wenn du die Nase berührst. Was ist das denn für mich? Das gibt's doch gar nicht. Oh, noch nicht mal mit hochheben kann die. Ja, genau. Und so komische Rosinenbomber da oben hier, ne? Gibt's doch gar nicht. So, hier rein. Lass mich durch. Jetzt soll ich in die Lichtwelt... Jetzt soll ich in die Lichtwelt... Ah, war das nicht der Obdachlose unter der Brücke auch mal? Der sah genau so aus. So, du weißt also, dass ich ein gesuchter Dieb bin, der Schlösser öffnet wie kleiner... Äh, wie keiner. Wie kleiner, oh Gott. Na gut, dann öffne ich dir eben die Truhe. Aber versprich mir, mich nicht zu verpfeifen. Hab gemacht. Ich verrate es jedem. Ne, Quatsch. Und da, eine magische Flasche. Darin kannst du verschiedene... Äh, verschiedenes aufbewahren. Für später. Okay. Danke. Sag rein. Was wird unser nächstes Ziel sein? Ähm... Fällt dir noch... Wow. Fällt dir noch irgendwas ein? Ja, den Stab. Wo gibt's den denn? Den blauen Stab. Wo gibt's den? Auf dem Berg. Oh, auf dem Berg. Boah. Das mach mal später. Was hältst du davon, wenn wir mal in den fünften Tempel schon mal gehen? Ja. Können wir mal machen. Machen wir uns... Weil... Auf dem Berg müssen wir ja eh noch. So am Ende. Der rechte unten. Rechts unten, ne? Ja, genau. Da musst du in der Lichtwelt hin. Echt? Ja. Sonst kommst du da nicht rein. Warte. Aber da gibt's doch so ein Eispalast. Ja, da ist der Eispalast. Richtig. Ich muss ja erstmal auf... Äh... Da drauf und dann in die Lichtwelt, äh... Katapultieren, ne? In die Lichtwelt, äh... Sonst kommst du nicht rein, wie du gleich siehst. Warte. Wir kommen doch trotzdem rein. Ah, ne. Jiii. So, und jetzt mach ich hier sowas. Jetzt gehst du da hoch und hebst den Stein da hoch. Ah, ein fieses Portal. Aha. Jetzt kommst du da rein. Ich komm ja gar nicht mehr zurück. Hier kriegst du deinen neuen Anzug. Oh nein. Zelda? TT Game. Die magischen Flammen werden dich in diesem eisigen Verlies schützen. Geil. Warte. Uuui. WTF. Was ist das denn? Du hast einen Flammstab. Die kann man gar nicht tot machen. Doch, mein Flammstab. Die muss man auch noch... Was ist denn, wenn man keine Energie mehr hat? Die wollen einen doch voll abziehen in dem Spiel hier. Ja, geh am besten hier, äh, äh, Dinge zu kaufen. Blaue, blaue Flüssigkeit. Blaues Elixier. Oh, das hab ich gar nicht. Du kannst ja eben holen. Boah, ne, mach mal nicht mehr. Ich hab keinen Bock jetzt nochmal da was zu holen bei der alten Tante. Da bei der Hexe ist das, ne? Ja. Boah, ich hasse die, ey. Kuma und Kotak waren viel cooler. Machen die so ne hässliche dahin? Geht ja gar nicht. So, was haben wir denn hier? Wollen wir mal gucken. Ja, das sah mir so verdächtig aus. Hat man so vorderkant. Oh nein. Ein Zwiespalt. Wo gehen wir lang? Ja, geht ja nur ein Weg. Toll. Super. Geil. Nein, Entons. Ich glaub's nicht. Boah, was sind das denn für Gestörte? Grüne Pinguine. Ach, Pinguine. Genau, so heißen die. Ha. Egal, wenn wir kaputt gehen. Ich hab Feen eingekauft. Haha. Kompass. Was? Wir finden nicht zuerst die Karte. Du hast den Kompass gefunden. Damit kannst du das Versteck des Kerkermeisters finden. Was, Kerkermeister? Was haben die denn hier alles? Komische Leute, ey. Ja, war mir klar. War mir klar, dass dann alles aufgeht. Hör mal zu hier, unterbelichteten Pinguine. Ah. Jetzt gleich machen wir einen Trick. Hat mir der Legend verraten. Wir machen einen Trick? Ja. Hat der Legend mir verraten. Ja? Ja. Hat der Legend mir verraten. Ach so. Ja. Der Ding ist ja. Haha. Jetzt wollen wir sie fangen gehen. Ja. In einer Nachricht. Ich hab in den Kommentaren mal geschrieben. Genau. Ah. Und zum Hasen werden wir auch nicht. Perfekt. So, erstmal safe machen. Haben schon lange nicht mehr gemacht. Ja. Natürlich. Bestimmt. Ja, wir haben zurück. Weißt, wir haben die goldenen Handschuhe. Aber er schafft es nicht, so einen kleinen Block zu bewegen, ne? Ist echt armselig. Kommst du von unten hin? Was soll ich denn von unten? Nein, der Truhe ist doch bestimmt wieder nur so 10 Rubine oder so'n Scheiß. Ne, der Master-Schlüssel. Boah, was? Ich will den Master-Schlüssel haben. Gebt ihn mir sofort. Geil, diese Kackviecher hier, ey. Sind voll die, voll die Noobs sind das. Ja, und genau dann, wenn ich haue, macht er sich zu so'nem... Hallo? Stirb! Boah, ey. Die haben als... Die haben keinen Anstand beigebracht bekommen, diese Scheißviecher. So. Du schaltest hier jetzt nochmal rum. Ich mach das jetzt ganz... Und nichts im Bombe nehmen. Genau. Alte Zelda-Tricks hier. Ah, zack. Ey. Stirb! Stirb! Sehr schön. Ich will nicht lenken. Ich hab Angst, hier runterzufallen. Nein! Ich will nicht, wow! Safe, mitten im Flug. Aha, wo sind wir denn hier? Vorsicht. Groß Bomben jetzt. Da hast du das. Du kannst den Skelettritter nicht allein durch das Schwert vernichten. Sobald das Skelett in sich zusammenfällt, ist er durch eine andere Waffe verwundbar. Ja, habt ihr... Nämlich der Bombe. So. Tschüss. Gute Nacht. Sauber. Wieso kommen wir jetzt hier unten nicht durch? Ach so, es gibt zwei. Natürlich. Werde ich das vergessen können? Einer wäre ja auch langweilig gewesen. Ja, klar. So. Oh mein Gott. Vorsicht, der Boden bewegt sich. Ja. Ja, natürlich. Und ich krieg dann das... Alter. Legend, wir haben ein Problem. Wir haben keinen Schlüssel. Mach mal. Ja, irgend so ein schwarzes Vieh, was aus den Löchern kommt. Ne, nicht im Ernst. Hast du einen Schlüssel? Ey, da wär ich... Da wär ich doch nie drauf gekommen alleine. Das ist mal ganz im Ernst. Ja, bestimmt, ey. Oder so ein blaues Vieh. Ich mein so ein schwarzes. Alter. Hast du dich doch nicht... Geblitzt-Dings. Ja, genau. Immer wenn ich haue, ne? Ey, wir haben zwar Feen, ne? Aber nicht mehr viele, glaub ich. Ah, da. So ein blaues. Okay. Runter. Ey. Dann geh ich noch dagegen. Erstmal ein Save machen. Das ist ja kriminell hier. Ist ja... Ja, genau. Bestimmt. Alter. Ja, ich wollte grad sagen, jetzt treff ich noch nicht mal, oder was? So. So. Komm schon. Bämst. Ah. Na? Ich bin so doof. So. Komm schon. Gib Gas. Nein! Alter. Was hat denn wahr? Ich glaub das nicht. Ey. Hör mal. Ganz im Ernst. Ganz im Ernst, ne? Das ist doch wohl nicht wahr. Das ist doch nicht mehr lustig. Guck mal, wie viel Feen du nur hast. Wie viel hab ich denn noch? Musst du in deinen Gläsern gucken. Och, das ist doch nicht meine Gläser. Ja! Bestimmt! Das muss ich auch noch... Keine mehr. Ich hab gedacht, ich hätt so fünf Stück mitgenommen. Obwohl nur vier gehen und vorher nur drei. Aber egal. Ey. Ne, das ist nicht mehr lustig jetzt. Find ich nicht mehr lustig, Feuerding. Kannst dich benehmen und kannst jetzt mal hier... Nicht so einen Scheiß machen. Strickst dich jetzt aus. Und zwar mit nem Safe. So, wenn ich da jetzt nicht durchkomme, ne? Dann rass dich nicht aus. Ha! Genatzt. So. Das hier sieht auch schon wieder so verdächtig aus. Aha. Tschüss. So, und jetzt kommen wir bestimmt gleich hoch für den Master-Schlüssel. Aber Hauptsache, wir haben vorher erst nochmal so ein paar bescheuerte Pinguinen. Mh, Jünger. Das sind voll die Jünger. Ich sag dir, das sind Jünger Jesus. Jesu. Tod. Jetzt haben wir schon das stärkere Schwert und die gehen immer noch nicht tot. Tschüss. So. Ja, genau. Epix. Ja, Hilfe. Das ist mal wieder weg. Was ist das denn? Ja. Ich wollte gerade sagen, geht das nicht mehr weg. Wow. Boah, das macht mir voll Angst gerade, Legend. Guck mal hier. Wir haben noch kein Artefakt in dem Tempel. Nein. Ja, bestimmt. Mich wieder... Ey. Geh da rein. Ich komm da nicht rein. Warum komm ich da nicht rein? Weil der Drutschel ist. Ich komm da gar nicht rein. Ich muss da genau gerade rein. Ey. Was ist das wahr? Ah. Jetzt haben wir es geschafft. Oh, was ist das denn? Oh mein Gott. Hilfe. Tschüss. Brauchst du einen Master-Schlüssel? Hier schon? Wieso? Hier brauche ich den Master-Schlüssel. Warte es gleich zu Ende. Geh mal über die Treppe, also wo du stehst und leg da eine Bombe hin. Brauchst du im nächsten Ball wieder. Den Gang. Soll ich da runter? Ja. Oh oh. Ah! Hahaha. Wie? Ach so. Toll. Kein Master-Schlüssel. Super. Und jetzt? Aber jetzt weißt du, wohin. Ja geil. Ja, hier komm ich doch noch gar nicht weiter jetzt. Kann man nicht den Master-Schlüssel vorher irgendwie holen? Nein. Man muss erst hier lang? Ja. Pass auf. Ich treffe da Dinge. Nein, jetzt hat es mich direkt aufgefüllt. Das wollte ich doch gar nicht. Ach so, egal. Wie ist die Technik hier? Ach nein, jetzt hatte ich... Aha. So. Wie kriegt man denn... Ach so, die Tür ist auf. Sag mir das doch. Ey, ich wollte... Ich wollte ja noch dran vorbeirennen. Dann rennt der nicht. Wollte ja fast im Loch fällen. Dieser verdammte grüne Kobold. Lass mich durch! Wow! Hast du das gesehen, Legend? Ja. Boah, war das knapp, ey. Safe. Ha! Jetzt kann ich euch ja aus der Ferne kaputt machen. Dann könnt ihr mir nichts mehr. Ey, Truhe, geil. Schlüssel, aber das ist nur ein normaler. So kommt man nicht weiter. Was ist das denn hier? Schlüssel. Ach nö, ich will kein Hase sein. Ich bin schon ein Angsthase. Pinguin Action. Guck mal, Pinguin. Wir können dich auch aus Entfernung tot machen. Aber nicht mehr lange, wenn wir jetzt wieder gegen so ein... Hier ist doch bestimmt wieder irgendwie so ein Schalter. Boah, das geht mir richtig auf den Nerv, das Gerutsche. Ist ja eben ein Eis-Tempel. Das sind Feuer-Tempel doch viel angenehmer. Wo muss ich denn lang? Hier unten oder... Was sagt der mir? TT-Game! Geh spaß mit deiner Zauberkraft um, solange du kein Zauber-Elixier besitzt. Save und wir gehen mal hier lang. Aber wir hätten wahrscheinlich da unten lang gemusst, ne? Nö. Was wäre denn da unten gewesen? Äh... Eine Pfanne. Warte, wir gucken nach. Das ist das Positive am Safe, Leute. Man kann solche Stellen nämlich einfach nachgucken. Also schnell... Nein! Nicht in die Stacheln. Ach fuck, der Part ist schon wieder... Ey, geh durch. Gucken wir das jetzt noch. Geil, wenn wir da runterfallen... Ach so, das... Was? Ja, da warst du schon mal. Ja, herzlichen Glückwunsch. Kannst du mich mal. So. Aber wartet. Bis 16... Der Part ist zu Ende. Ah, mit 16 machen wir noch, so. Okay. Aber jetzt weißt du, wo du die Kiste kriegst und so. Ach, das ist schon mal gut. Kannst du alleine weitermachen im nächsten Fall. Ach, ja. Dann fehle ich ja noch mehr. Ha! Ach, geschafft. Tschüss. Ja, genau. Genau. Und hier machen wir jetzt den Cut, Leute. An dieser epischen, nicht epischen Stelle. Oh, das wird ein Spaß. So. Ich bedanke mich vielmals beim Legend. Gern geschehen. Und, äh, wie gesagt, der Legend ist verlinkt in diesem Video. Geht mal bei ihm gucken. Er hat das Spiel auch durchgespielt. Im Wesentlichen weniger Parts als ich. Und zum Durchspielen, also wenn ihr das nachspielen wollt, sicherlich auch sinnvoller. Weil man hat es so kompakter. Man rennt nicht so viel in Gegenden, wo man eigentlich gar nicht hin muss, wie ich. Und, ähm, ja. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zugucken und Zuhören. Und, ähm, der Legend sagt jetzt mal tschüss, weil sonst sagt er nicht tschüss. Tschüss, Leute. Tschüss.